Yo Leute, was geht ab? Ich hoffe alles gut bei euch. Heute gehe ich mein Auto waschen, weil der Lockdown jetzt vor der Tür steht. Deswegen dachte ich mich, ich gehe heute Auto waschen, weil der ist auch sehr, sehr dreckig. Auch von außen komplett dreckig. Was mich am meisten immer stört bei dem Auto sind die Felgen sehr, sehr dreckig. Ich rasse das. Boah, was ist das? Ich rasse das, wenn die Felgen dreckig sind. Und erstmal immer schön warm laufen lassen. Und ganz, ganz wichtig beim Auto waschen immer Ersatzklamotten dabei. Andere Schuhe und eine andere Jacke, damit man schön sauber ist danach wieder. So, wie wir es haben. Wir sind ungefähr jetzt im Moment. So, wie wir es sind, wir sind hier gerade. So, wie wir es sind, wir sind hier in der Tür des Listens der Tür. So, wie wir es sind hier in der Tür. Jetzt sieht man es nochmal besser. Mal gucken, wie dreckig der hier ist. Ja, man sieht schon an den Scheinwerfen und alles. Gefällt mir gar nicht. Guck mal hier. Auch alles Dreck. Welten sowieso Katastrophe, will ich gar nicht erst rüber fuhren. Ja, ich würde mal sagen, ich warte mal langsam hier raus jetzt. Reicht. Ja Leute, ich bin jetzt losgefahren. Es war ein bisschen miese mit Wetter. Ich hoffe, das regnet nicht. Und auch ein bisschen wegen, weil es so dunkel geworden ist. Wir haben jetzt auch gerade aktuell die Flur 17.13 Uhr. Aber scheißegal. Autowaschen muss heute sein. Ja Leute, ich hoffe, bei euch geht es gut. Ich hoffe, bei euch ist alles perfekt. Bei euren Familien. Ich hoffe, keiner von euch ist getroffen von Corona. Jetzt gerade auf dem Weg, einen Bruder von mir abzuholen. Begleitet mich heute. Ich bin jetzt auch bei dem Kollegen angekommen. Ich hole den jetzt ab. Mal gucken, wo der ist. Das ist schon auch hier angekommen. Was geht, Brie? Was geht, was geht? Alles klar? Ein Gedanke, wenn nicht mal Licht an ist und mal fertig. Nein. Echt? Was sollen die sagen? Die würden aber doof gucken. Er ist eigentlich schon mal Auto gewaschen, oder? Ich habe sechs Wochen nicht mehr gewaschen. Hm? Sechs Wochen. Warum? Ich war zu faul. Ich hatte auch gar keinen Bock. Du weißt, eigentlich geh ich jeden Freitag Auto waschen, oder? Du weißt, was ich sagen, Alter. Du kennst dich gar nicht wie zuvor. Du weißt, was dein Auto mehr angeht. Irgendwann später. Was soll da schöne Arbeitsplätze dabei haben? Ich kann mich schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Was heißt, ihr müsst. Ich mache das persönlich so. Ich tue die Felgenreiniger drauf. Ziehe mich kurz um. Andere Bekleidung anziehen, damit man wieder fresh nach dem Autowaschen rumlaufen kann. Auf jeden Fall Felgenreiniger einblicken lassen. Kurz warten. Und dann kann man eigentlich mit dem Waschen anfangen. Ich fahre extra von Bonn aus immer bis hierhin. Das sind, glaube ich, ungefähr 20 Minuten. Das ist in einer schönen Halle hier drin. Einfach nur geil. Jetzt gucken wir, was hier alles aussieht. Sechs Wochen ist das her, dass ich mein Auto gewaschen habe. Das ist für mich persönlich eine Katastrophe, weil ich gehe eigentlich jede Woche mein Auto waschen. Guck mal da, das erste Mal in so einem Zustand. Und dann kann ich mich nicht mehr so etwas machen. Ich muss mich noch mal kurz auf. Und dann kann ich mich noch mal kurz auf. Und dann kann ich mich noch mal kurz auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Guckt euch mal den Unterschied jetzt an, wie die Felge glänzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Geil. Genau so liebe ich das. So macht Autofahren wieder Spaß. So, jetzt muss ich das noch abkacknen. Darauf habe ich gar keinen Bock. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Leute, ich bin fett jetzt mit dem Autowaschen. Musst du alles ganz schnell hier gehen. Es ist kalt. Es ist richtig kalt. Deswegen konnte ich nicht mehr so viel filmen. Aber ihr seht hier das Ergebnis zu vorher und nachher. So macht Autofahren wieder Spaß. Sieht aus wie geleckt. Jetzt kurz vor dem Lockdown noch das Beste, was man machen kann. So Leute, das war's. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es muss heute alles schnell gehen. Alles spontan. Ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen YouTube-Kanal. Es werden auch sehr, sehr geile Videos auf euch zukommen. Und ja, man bleibt gesund. Bis dann. Ciao. I feel devastated, I just can't believe it's like this I'm here contemplating, I'm like look at where my life is All these things that made me human